Die Begriffe Blutvergiftung oder Sepsis habt ihr vermutlich schon mal gehört. In so gut wie jeder Arzt- oder Krankenhausserie gibt es früher oder später einen Patienten mit Blutvergiftung, der im letzten Moment heroisch gerettet wird. Tatsächlich kann eine Blutvergiftung sehr gefährlich sein. Rund 154.000 Menschen ziehen sich jedes Jahr allein in Deutschland eine Blutvergiftung zu. Mehr als ein Drittel der Patienten stirbt daran. Weltweit ist die Blutvergiftung die Nummer 1 unter den vermeidbaren Todesursachen. Viele Menschen denken bei einer Blutvergiftung an einen roten Streifen auf der Haut, der sich von einer Wunde in Richtung Herz bildet. Das hat mit einer Blutvergiftung aber nichts zu tun. Leider gibt es bei einer Sepsis keine so einfachen und eindeutigen Anzeichen, an der man sie erkennen kann. Ausgangspunkt für eine Blutvergiftung ist immer eine Infektion, also eine Entzündung mit einem Krankheitserreger, zum Beispiel eine Lungenentzündung oder eine Wunde, die sich entzündet hat. Normalerweise hält unser Körper solche Infektionen in Schach und sie heilen wieder aus. Bei einer Blutvergiftung gerät die Lage dagegen außer Kontrolle. Bakterien und Viren gelangen über den Blutkreislauf in den ganzen Körper. Das körpereigene Abwehrsystem reagiert dann zu stark und greift nicht nur die Erreger, sondern auch die körpereigenen Organe und Zellen an. Ich möchte euch deshalb in diesem Video zeigen, bei welchen Anzeichen ihr unbedingt reagieren solltet, um eine Blutvergiftung so schnell wie möglich zu stoppen. Denn je früher die Blutvergiftung erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen. Befindet sich die Blutvergiftung noch in der frühen Phase, sprechen Mediziner von einer einfachen Sepsis. Wird die einfache Sepsis nicht behandelt, kann es zur schweren Sepsis kommen. Stufe 3 ist der septische Schock. Gerade die einfache Sepsis ist schwer zu erkennen. Sogar erfahrene Ärztinnen und Ärzte verwechseln die Blutvergiftung manchmal mit einer Grippe oder einer Erkältung, weil die Anzeichen sich so ähneln. Zu diesen Anzeichen zählen hohes Fieber über 38 Grad, Schüttelfrost und starke Schmerzen. Ein deutliches Alarmzeichen für euch ist, wenn ihr merkt, dass ihr euch im Laufe einer Infektionskrankheit plötzlich extrem krank fühlt, die Atmung deutlich schneller geht, das Herz rast und ihr sogar verwirrt oder unruhig reagiert. Vor allem die Verwirrtheit tritt bei einer Grippe gewöhnlich nicht auf und ist ein ziemlich eindeutiges Signal. Verliert in diesem Fall keine Zeit und ruft sofort den Notarzt. Eine Sepsis muss so schnell wie möglich im Krankenhaus behandelt werden, oft auf der Intensivstation. Wird zu lange abgewartet, kann es zur schweren Sepsis kommen und schließlich zum septischen Schock, an dem mehr als die Hälfte der Betroffenen stirbt. Ihr seht also, die Anzeichen für eine Blutvergiftung haben wirklich nichts mit dem schon erwähnten roten Strich auf der Haut zu tun. Der kann ein Anzeichen für eine entzündete Lymphbahn sein. Das solltet ihr auch unbedingt von einer Ärztin oder dem Arzt checken lassen, ist aber nicht so dramatisch wie eine Sepsis. Gezielt vorbeugen könnt ihr einer Blutvergiftung leider nicht. Eine Impfung oder ähnliches gibt es nicht. Ihr könnt euch aber zum Beispiel jedes Jahr gegen Grippe impfen lassen oder Kleinkinder gegen Pneumokokken. Das sind Bakterien, die eine Lungenentzündung auslösen können. So vermeidet ihr Infektionen, aus denen sich eine Sepsis entwickeln kann. Sinnvoll sind auch ganz einfach die üblichen Hygienemaßnahmen. Vor allem solltet ihr euch regelmäßig und gründlich die Hände waschen und speziell in der Grippe- und Erkältungssaison ruhig auch desinfizieren. Das ist immer schön nass, also da darf man wirklich großzügig sein und dann einreiben und das Ganze dann schön abtrocknen lassen. Nicht abtrocknen mit dem Handtuch, sondern dass das wirklich schön abdunstet, dann hat es eigentlich den besten Effekt. Wobei ihr euch bitte keine zu großen Sorgen machen solltet, schwere Blutvergiftungen sind relativ selten. In den meisten Fällen reagiert unser Körper genau richtig auf Viren und Bakterien und währt die Erreger erfolgreich ab. Vielen Dank. Vielen Dank.